Erst letzten Herbst ist meine Nachbarin nicht mit einer Gurke zu mir gekommen, sondern mit ihrem Problem mit ihren Töpfen und ihren Pflanzen und Engerlinge. Ist ein bisschen tragisch, was sie mir erzählt hat, dass halt die ganzen Engerlinge ihre Pflanzen entwurzelt haben und hier alle eingegangen ist. Sie hat sich auch ein bisschen über die Lena beschwert, weil die ganze Erde voll mit den Engerlingen ist. Die Engerlinge haben dicke, hellgraue bis orangenbraun gefärbte Körper und einige Arten weisen sogar eine komplette schwarze Färbung auf. Die Larven von den verschiedenen Käferarten können 6 bis 10 cm groß werden. Ist halt abhängig von der Käferart. Und ich denke, jeder der etwas Obst und Gemüse in seinem Garten angebaut hat, zum Beispiel in einem Hochbütt oder mal in seinem Kompost rumgewühlt hat, der wird mal diese Engerlinge empfunden haben. Mein Vater zum Beispiel sieht die alle als Schädlinge, weil sie die ganzen Pflanzenwurzeln auffressen. Und mit dem Gedanken ist er ja natürlich nicht alleine. Allerdings ist es dann doch ein bisschen Schubladendenken zu einfach. Wie gesagt, es ist dann doch ein bisschen differenzierter. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Und natürlich, was du gegen Engerlinge tun kannst. Selbstverständlich. Kapitel 1. Was sind Engerlinge? Als Engerlinge werden Larven von bestimmten Käferarten aus der bekannten Überfamilie der Blatthornkäfer bezeichnet. Zu ihnen gehören zum Beispiel der Maikäfer, der Rosenkäfer, sowie die gerippte Brachkäfer, Nashornkäfer und der Junikäfer. Die kleinen Arten können je nach Käferart bis zu vier Jahre im Boden überleben. Die ausgewachsenen Käfer kommen auch mehr zur Dämmerung zum Vorschein, denn sie wollen mit dir einen romantischen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang erleben. Wenn einige Larven Schaden an bestimmten Pflanzen anrichten, werden sie halt alle als Schädlinge bezeichnet, was dem nicht so ist. Kapitel 2. Welche Engerlinge sind nützlich? Einige Arten von Engerlingen können sogar nützlich für uns sein. Darunter fallen zum Beispiel die Larven von dem Nashornkäfer oder auch von dem Rosenkäfer. Die Nashornkäferlarve kann zum Beispiel bei uns im Kompost alte Holzreste auffressen und hier den Kompostierungsvorgang beschleunigen. Auch bei Rindenmulch ist dieser zu finden und besonders mit Totholzhecken können wir diesen Käfer auch fördern. Das ist auch unter anderem sein Problem, weil wir halt im Wald oder auch im Forst sehr gerne alles aufgeräumt haben und natürlich die Totholzsachen dann einfach wegräumen und deshalb eher ein paar Probleme mit seiner Vermehrung hat. Die Larven des Rosenkäfers können bis zu 3 cm groß werden und sind auch relativ dick. Diese Engerlinge ernähren sich ausschließlich von abgestorbenen, toten Materialien. Das heißt, lebende Pflanzen gehören nicht auf ihren Speiseplan und sie helfen uns einfach dabei, auch guten Boden mit aufzubauen. Wir sorgen auch hier für eine schöne Durchlüftung im Boden. Der Rosenkäfer fliegt von Mai bis Juni und legt halt da an einer entsprechenden Stelle seine Eier ab. In Kombination mit Pilzen und Bakterien sorgen auch die Larven dafür, dass wir hier einen Dauerhumus aufbauen, hier fruchtbarer Boden aufgebaut wird und dadurch wir auch kräftige Pflanzen mit aufbauen können. Also die Engerlinge des Rosenkäfers sind wahre Nützlinge, die wir dann doch im Graten fördern sollten. Die Generationsdauer dieser Käferlarve beträgt ungefähr 2 bis 3 Jahre. Kapitel 3. Welche Engerlinge können schädlich sein? Die wohl schädlichste und bekannteste Engerlingerart in unseren Breiten ist wohl der Maikäfer. Wie auch beim Rosenkäfer wird die Larve gut 3 cm groß und verweilt auch 3 bis 4 Jahre im Boden. Hauptsächlich im 2. Lebensjahr knabbert dieser Engerling auch Wurzeln von lebenden Pflanzen an und im 3. Lebensjahr zieht er sich dann ungefähr 60 cm tief in den Boden zurück. Wo man sich dann auch hier ein bisschen die Frage stellen kann, ob das jetzt ein Schädling ist. Im 2. Jahr ja, okay, der knabbert meine Pflanzen an, aber im 3. Jahr lockert er mir meinen Boden auf. Und das tiefgründig. In dieser Tiefe verpuppt sich dann die Larve und im gleichen Jahr wird dann daraus der adulte Käfer schlüpfen und wird dann auch hier wieder seine Eier legen. Dann gibt es noch den Engerling des Brachkäfers, der auch in die ähnliche Größe wie den Maikäfer aufweist, der sich aber mehr auf Graswurzeln spezialisiert hat. Und dann gibt es noch den Engerling des Graslaubkäfers, der halt hier Rasenbesitzer zur Weißglut bringen kann. Diese Larven fressen die feinen und kleinen Wurzeln des geliebten Rasens, wodurch dann sich hier schnell mal braune Stellen, die ziemlich unschön sein können, im Rasen bilden. Woran kann ich jetzt die verschiedenen Engerlingenarten unterscheiden? Einerseits kannst du jetzt die Engerlingearten aufgrund ihrer Größe unterscheiden und ihnen halt den bestimmten Käfer zuordnen. Du kannst dir auch dann einfach anschauen, wo du halt die Engerlinge findest, weil sie halt natürlich dort abgelegen werden über die Eier bzw. da jetzt Larve schlüpfen. Wo halt hier ihre Hauptspeise ist. Also findest du zum Beispiel einen Engerling mehr in deinem Kompost, der ziemlich groß ist, dann kann es halt dann mit großer Wahrscheinlichkeit sein, dass es hier eine Larve des Nashornkäfers ist. Du kannst auch die Engerlinge durch ihre Bewegungsarten unterscheiden. Das kannst du sehr gut mit den drei bekanntesten Arten. Die Engerlinge des Maikäfers bewegen sich auf der Seitenlänge Schlängeln fort. Die des Junikäfers führen Kriechbewegungen auf Bauchlage aus und die des Rosenkäfers in der Rückenlage. Kapitel 5. Maßnahmen. Was kannst du jetzt machen, um einige der deiner geliebten Pflanzen oder auch den Rasen zu schützen? Beim Rasen würde ich ja eh eine Wildblumenwiese empfehlen. Zu einem wird empfohlen, Lichtquellen zu vermeiden, weil das Licht die Käfer anlockt. Das führt ja dazu, dass ein heller Ort mehr als Ablageort in Frage kommt. Du kannst auch Insektenschutznetze und Vlies in der Zeit benutzen, indem die Käfer halt fliegen, um halt hier eine Eiablagerung in deinem Beet zu verhindern. Einige nutzen auch ein feinmaschiges Wühlmausgitter, damit die Insekten sich nicht in die Erde reinbohren können. Der Einsatz der Permakultur ist ja auch Mischkultur und das kannst du auch hier wieder sehr gut umsetzen, indem du zum Beispiel hier viele verschiedene Duftpflanzen nutzt, damit auch der Käfer ein bisschen irritiert ist, vielleicht von einigen Düften abgeschreckt ist und auch seine Hauptnahrungsquelle oder Hauptpflanze überhaupt nicht erst findet und lokalisieren kann. Als Beispiel Schnittlauch, Knoblauch, Lavendel, Tagetes, Ringelblumen kannst du alles gut nutzen. Zumal auch die Tagetes Nematoden anlockt und auch die Nematoden dann später auch ausschaltet, wenn sie sich an die Wurzeln von der Tagetes binden. Aber die Nematoden können ja auch dann dafür sorgen, dass sie eventuell auch die Engerlinge bekämpfen. Neben den Nematoden gibt es noch weitere Nützlinge, die du einsetzen kannst. Hier zum Beispiel der Igel, Spitzmäuse, der Maulwurf oder auch die Vögel. Vielleicht viele Vögel an einem Rasen rumhüpfen, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass sie vielleicht hier mehrere Engerlinge an einer Stelle gefunden haben, die du dann vielleicht ausgraben könntest. Und die ganzen Nützlinge auch zu fördern ist recht simpel. Totorzecken anlegen, Wildblumenwiese, einen Haufen kannst du auch machen und den Garten halt vielleicht an einer kleinen Stelle auch verwildert lassen, dass halt hier die Nützlinge ein Zuhause haben, damit sie dir auch bei dem Problem helfen. Besonders die Lösung mit den Nematoden finde ich sehr zu empfehlen. Besonders wenn man jetzt in einem begrenzten Raum Pflanzen kultiviert, wie zum Beispiel in einem Kübel oder einem Balkonkasten. Man kann sich sogar auch hier Nematoden für Engerlinge kaufen und die dann ins Gießvater damit einbringen, damit sie halt hier das Problem lösen können. Und ich bin jetzt dafür, dass man den Engerlingen des Maikäfers doch nicht als Schädling beachten sollte, sondern eigentlich die noch bei einem verdichteten Boden so viel kultivieren sollte wie möglich. Und man hat hier einfach über die Jahre hinweg Arbeit zu sparen, wenn sie halt immer den Boden mit der Zeit tiefgründig auflockern. 16 cm ist dann doch sehr ordentlich, wenn die sich da immer wieder eingraben. Könnte man vielleicht eine Geschäftsidee draus machen. Oder auch nicht. Bevor ich jetzt noch meine Fantasie freien Lauf lasse und euch vielleicht noch damit belästige, empfehle ich euch doch mal lieber, hier noch zwei weitere spannende Videos zum Thema Permakultur von diesem Kanal noch anzuschauen. Wird dir bestimmt helfen, in Richtung einer natürlichen Garten zu kommen, wo du auch weniger Probleme mit Schädlingen hast, weil du heute hier ein Gleichgewicht förderst. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Und schreib mir auch deine Erfahrungen, welche du jetzt schon mit Engerlingen gemacht hast, waren sie genauso negativ wie bei meiner Nachbarin. Und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen und viel Erfolg hier im Garten mit der Ernte. Damit du auch hier so eine wunderbare Gurke anbaust, die vielleicht nicht so eine F1-Hybride.